Und hier nochmal weg. Wie gesagt, das kann man notfalls dann auch mit dem Trimmer nochmal machen. Wäre auch sinnvollster. Und die kriegen dann natürlich noch dieses Bild an die Wand, das übliche. Aber man kann auch noch die Geschwindigkeit ändern. Ja gut, du kannst aber schlecht steuern. Ich sag mal so, die Geschwindigkeit so in Ordnung. So. Ja. Sieht interessant aus, wie wir Rasen nehmen. Was wir halt so stehen lassen und was nicht. Sieht sehr, sehr interessant aus. Was wird das denn? Ja. Okay. Gut, dann nehmen wir jetzt den. Jetzt ziehen wir hier jetzt noch ein bisschen was drunter weg. Einfach nur damit, weil wir es sicher sind, dass wir es ordentlich gemacht haben. So. Hier nochmal weg. Wunderbar. 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 Und auch nochmal. Wenn wir irgendwo was übersehen. Und den stellen. Und ich guck jetzt oben auf die Karte, ne. Ist klar. So. Wie gesagt, die Zubräume sind kein Problem. Was ist denn? Was sind wir denn am Baum? Und nochmal hier drunter. Da kommen wir natürlich auch nicht ran. Klar. Und dann. Klar. Der hier überall was anzeigt, man sieht gar nichts. Wird noch was zeigen, so gut dann. Okay. Gut. Ja, ich bin immer sehr griebig. Auch wenn wir das nicht mehr machen müssten, ich weiß. ich bin da kriege ich was das angeht richtig schnittsgrad honig auf meinem herzen es hält sich wie diese aussage kam jetzt gerade aber immer schon arbeiten damit ordentliches service ich habe kommen wenn ich kann das eine stimme nicht haben und der seine ja gut da muss es bleiben da kann ich sich anhand da haben wir noch was wie gesagt das allgemeine was und drunter was sind das hier ist noch etwas wo du mir nichts anzeigen schön na gut so gehen wir mal hier rüber an die kante die muss auch noch mal sauber werden das sieht nicht schön aus und dann gibt es noch eine kleine belohnung für die im haus natürlich und zwar eigentlich hier drüber war ein kamin shop ich mal gucken was haben türen wände nein dekoration gemälde brüchstau vielleicht nicht selbst noch eigene bilder die wir hochladen könnten das ist ein foto beruht aber soll das sein unter drei neuen schluss passt doch alles gut das budget passt dann noch das reicht noch damit die wissen dass wir es gemacht haben jetzt können wir gehen auftrag bänden 100% auftrag sehe ich du kannst den auftrag jetzt abschließen für 7000 abschließen möchtest du denn war für 7000 hat mir nicht nur 5000 es kommt wieder die vorher nachher ist galerien haben jetzt nicht sehr viel gemacht aber sieht doch schön aus mit rasen gemäht und so ich finde es gut dann gibt es bestimmt einen neuen auftrag dazu mal gucken ich will mal gucken wie ich ein schönes großes büro haben ein eigenes haus für großes büro und so weiter neues haus für geschehen schließe alle aufträge ab um neue häuser zu kaufen und renommieren freizuscheln kauf deinem laptop im büro nachzusehen ok wenn wir das machen können wir neue häuser kaufen drei haben wir schon verkauft das sind nur im besitz und wir können dann lichter das ist auch interessant wir können jetzt dieses ding kaufen wir haben noch sehr sehr viele häuser vor uns ja hier 97.000 müssen wir gucken wir haben hier noch einiges vor uns aus nach einer überschwärmung was dann zu sanieren ist wir können aber auch noch ein bisschen aufträge machen wir haben noch ein paar es ist wieder weihnachten fortsetzen nach einigen jahren der grundschule habe ich gesammelt was hatten wir doch wenn da steht fortsetzen wir hier drinnen aufgehören marie alleine was ich dachte das hatten wir schon portfolio verkaufte häuser den hatten wir doch gemacht deswegen hätten wir noch einen kindergarten und haben wir noch einen ich mache mal hier auch fortsetzen mal gucken ich schaue mir den mal an ja klar den haben wir doch gemacht also ja ich hatte ein speicherproblem definitiv hatten wir mal ein speicherproblem aber wir gucken mal vielleicht ist das schon fertig können wir einfach abschließen das ist auch ok ach nee der garten fete noch ne ok das zu hat nur und das war noch nicht wir waren ja noch mittendrin alles klar wir waren ja noch mittendrin also eigentlich waren wir nicht mittendrin wir haben es eigentlich abgeschlossen gehabt irgendwie ein systemfehler das wundert mich jetzt ja ich habe doch nicht nur ein zwei zimmer gemacht und dann wieder aufgehört aber scheinbar habe ich wirklich ein zimmer nach dem anderen irgendwie putzig na gut gegenstand verkaufen regal reinigen der verschmutzung gerne dann machen wir erstmal ist sauber ok was haben wir noch wenn es da muss noch reinigst werden weil das ist sauber das muss gar nicht gereinigt werden aber ok streiche mit den farmen schweres grün und patienten und immer jetzt sagen wir dann hier reife birne welchen zogen bin ich gerade schweres grün und patienten grün und das patienten grün ich denke mal das schwarze hier so man unterschweren ob ein bisschen schweres grün und hier nochmal dann haben wir die seite da drin machen wir dann schwarze zack und dann würde ich fast die seite machen warum sie schweres grün haben wir aber ok so gut 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 nochmal das helle grün hier würde ich halt wie gesagt nochmal streichen wollen dass die sie ein bisschen hervorheben ok wenn jemand die kacke lacken hört die da oben auch sehr sehr lecker haben wir eigentlich schon alle skills oder fehlt und längst noch was aufräumen fehlt uns noch schnell aufräumen ok streichen wird uns noch ein bisschen handwerklich sind wir zerstörung fehlt uns auch noch was bauen wir uns noch behandlung haben wir schon top und gärten haben wir top ok ok so wie gesagt mich wohnert es dass wir das hier noch nicht fertig hatten so was haben wir jetzt klimaanlage möchtest du haben aufgaben halt klimaanlage jo mal gucken kriege ich die irgendwie schöner drüber machen wir sie zentriert und dann einhängt die kabel rein das 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 und das und das und jetzt die anderen kabel habe ich in zwei auf einmal reingetreten ok egal so die kabel drauf hat sich auch nichts geändert deckel drauf schmalen vorhang willst du haben dann hätte ich aber auch gerne grün oder schneeweißen schneeweißen könnte ich mir vorstellen und der screen ist mir so krass der müsste passen so zack schön in die wand rein ok regal karl willst du noch haben das regal karl sollten wir auch in weiß machen definitiv haben wir das damals schon gemacht ich weiß nicht warum das jetzt nochmal kommt gut das zimmer ist fertig sieht erstmal ein bisschen ernüchtert aus aber ok wir schauen mal ah ne warte mal hinten ist so ein zimmer dran äh stopp sauber einmal zu tradizierküllerei gut dann schrubben wir immer und wir putzen das fenster was schon sauber ist damit das ja schon fertig hat und wir putzen das fenster egal so was willst du jetzt haben wartet zum heizungut zu haben und hier fast hier montieren aber die halterung ist hier deckel drauf hier geht drauf hm das ist jetzt kaputt gut wasser wegschwischen schützen putzen und alles fein ja gut schicken wir dann können wir es dann später nur noch wenn wir sagen wir wollen ja nochmal was machen wie geht wie geht halt wieder falsch jetzt hast du drückständig weil du das komm mal her ihr klein ok mal putzen und zwei nester die geht so fenster noch einigen was schon sauber ist also irgendwie ist diese karte heute mal verpackt so gut mein fliesen legen orange und mosexepa das sind aber nicht die die hier liegen hat wenn ich noch irgendwo fliesen hier noch äh boden fliesen ok einmal einmal und hier dieselben boden fliesen und hier bestimmt dasselbe das hier ist fertig das ist fertig ok das gegenstand wc kaufen interessant also hier ist in ordnung aber das nicht da muss ich das aber erst verkaufen hier steht ja da gegenstand verkaufen kompaktes wc ferry ok damit ist es lauerlich nochmal so keramik fliesen orange und mosexepia und mosexepia ich weiß zwar nicht wo ich die orange stellen machen soll fangen wir erstmal hier an so wir werden dann bestimmt noch ein paar fliesen brau und klein machen wir das hier so wo die hier wo die sind das war von dem bis dem dann mit dem das arbeiten wir sagen hier dass die kinder sehen ok hier ist euer bereich wo ihr euch waschen könnt und dann nochmal die ablegen und dann jetzt kannst du das schön einbichten sieht eigentlich ganz gut aus ok dann kann man die verkaufen ich würde hier noch mal zwei stapel davon holen wir werden zwei stapel brauchen bin ich fast sicher das ist aber selbst da oben einen kompletten stapel braucht wenn ich natürlich schon immer sportlich und noch mal hier unten drunter wir haben noch fünfer natürlich reicht das nicht natürlich reicht das nicht hätte das erwartet hier die sind in ordnung ja okay ok damit ist das mal fertig und theoretisch kann auch mal hier das restliche verkaufen was wir jetzt nicht gebraucht haben unwahrscheinlich dass wir noch mal brauchen werden ok gut da würde ich ja vorne das ist aber ja jetzt mache ich mich selbst noch aus wunderbar nun haben wir den ganzen müll weg ok ok gegenstand verkaufen höhere egal das da ich möchte kein gott das alles bleiben ja gut da gehen wir erstmal putzen so das mal alles abschrubben noch die fensterbank hier nochmal rum und da nochmal rum okay 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 okay